Ah, weiter geht's. Auf zum Friedhof, den dicken Herrscher killen. Runter mit dem Teil. Ich hab jetzt mal die Axt genommen, die Fügung. Äh, wir werden mal gucken, das Großschwert, ne, Beständigkeit ist aber auch nicht gerade zu verachten. Boah. Was können wir da reinsockeln? Wie können wir was reinsockeln? Äh, da, 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 Favorit umschalten. Ja, das ist, ja, das ist eine gute Idee mit den Favoriten. Details umschalten, ja. Ne, ich lass das lieber so. Ähm. Wo bist du, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Mensch, da. Fügung und das Ding, alles klar. Naja, noch kann ich mir nichts reinsockeln. Das stimmt, kommt bestimmt alles noch. Wow, was für ein Sound. Was ist das denn für ein Viech, ey. Das ist der Hammer. Was läuft auf der Vorhinein an Gegner? Der Anbeter. Wir werden dich nie anbeten. Was kannst du? Werfen kannst du. Noch ein menschlicher Schädel. Kommen da Viecher aus dem Boden. Ach du. Oh mein Gott. Ach du. Orr. Äh. Aua Komm mir nie weg, meine Fresse Das hätte ich noch einen Angriff danach gemacht Eins, zwei, zwei Eins, jetzt Gucken wir mal, ob man drauf reinfällt Was tut er? Oh, hier muss man sich ein bisschen konzentrieren Aua Die Scheiße, die mal hier im Weg steht Eins, zwei, jetzt Eine Leiste ist schon weg Boah, das macht wirklich Schaden Oh, der macht hier irgendwas What the fuck Alter 2000 Schaden direkt Ist der gekloppt Boah Ist ja der Wahnsinn Naja, die Waffe ist auch nicht so das Wahre Ich denke Ich weiß nicht, ey Ich denke, der Mönchstab ist immer noch das Geilste überhaupt Gucken wir mal, wie schnell ich den da plattkloppen kann Weil man kann sehr schnell mit dem angreifen Und der macht sehr viel Schaden Was sagt eigentlich mein Glaube gerade? 12 Was brauche ich da für 16, ne? Gucken wir mal eben Äh Hier 20 sogar Boah Da muss man sich entscheiden Geht man jetzt voll auf Stärke Oder geht man jetzt voll auf die Stäbe, ne? Ist das ärgerlich Ich finde Stäbe sind geiler Greifen schneller an Obwohl Angriffsgeschwindigkeit ist 110 Weiß nicht Ich finde aber so dicke Dinger halt Ne? Ist ein bisschen badassiger eigentlich Na, ich guck mal eben Äh Wie das hier mit dem Mönchstab so aussieht Boah, das sah so gut aus Ich glaube, ich war zu nah mit dem Explosionsradius Boah, 80 Schaden hat das gemacht Ohm, reicht Meine Fresse Ah Fuh Dann kann man sehen, wie man will mit dem Schaden Boah Oh mein Gott Du gehst mir auf die Nerven Gibt's Au Ich bin betäubt Fuck Komm, das reicht nicht Guck mal Jetzt macht er wieder die Scheiße Was soll ich hier machen? Angreifen bringt nichts Weg hier Ich weiß aber nicht, wohin Was ist das? Fuck, was muss ich da machen, ey? Ah, das wäre echt kacke Ich muss gleich mal gucken, was passiert, wenn ich die ganze Zeit mit dem Stab angreife Hm, bin echt ein bisschen überfragt gerade Aber das finden wir heraus Ich muss mich einfach in Sicherheit begeben Boah, ich hasse das, wenn er das macht Oh, der ist garantiert als Treffer Ehrlich gesagt Finde ich, das macht weniger Schaden Ah Da muss ich weg Wir wechseln die Waffe Wir wechseln die Waffe ganz in Ruhe Die Stärkste, die wir haben Ich glaube, ich bleib bei den großen Schwertern Auch wenn ich das ein bisschen besser abpassen muss War schon genial Wie sehen wir denn so groß und genial aus? Boom, 74 So, ich such mir gleich irgendwas Wo ich hin kann, wenn er die Scheiße macht So, jetzt macht das Keine Ahnung, was ich machen muss Hab's nicht überlebt Fuck Fuck, fuck, fuck Scheiße Ich spreng die ganze Scheiß-Filter auf in die Luft Was heißt denn 98%? 97%? Hä? Oh ja Ich glaube, ich greife den gleich mal die ganze Zeit an Ich weiß es echt nicht Da ist zum Beispiel auch ein Eingang Aber der ist garantiert versiegelt Weil der Typ da ist Ich bin echt überfragt Der Anbieter ist nicht schwer, aber Naja Das ist da hinten in den Ecken So, ich hab jetzt so viele menschliche Schädel gefunden Was kann ich mit denen machen? Wo sind die? Ein paar Brauchsgegenstände Äh Ne, sind alles Splitter und Tränke Hier Dennoch erstaunlich viele Zähne Aber super Aber ich kann nichts damit machen Das ist merkwürdig Au, du Pisser Au, ein Eingriff nur Jetzt aber Ja klar Ich bin noch voll weit weg Ich bin noch voll weit weg Ich bin noch voll weit weg Getroffen Kack Mein Gott Ich muss weiter weg von dem Schlechte Eins, zwei, drei. Wer macht denn nicht? Jetzt macht er wieder den Scheiß. Hör auf damit. Keine Ahnung. Ich bin echt überfragt. Wer macht den ganzen Friedhof damit vor, so einen Scheiß? Nächster Versuch. Ja, holen wir mal die Beute, da ist sowieso nichts, aber es ist ja egal. Gut, dass ich alle Punkte ausgegeben habe. Hm. So angreifen bringt nichts. Oh, nicht zur Seite. Da kommst du aber auch nie weg mit der Lamm und Rüstung. Oh. Was war das denn? Der Schwächel hier. Ich muss hier so ein Ding zerkloppen. Hä? Hier. Hä? Oh, komm schon. Ich hab's überlebt. Oh. Jetzt geht der Kampf, glaube ich, erstmal richtig los. Zum Henker.